Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play, der Herr der Ring, die Schlacht der Mittelehrer 2, Aufstieg des Hexenkönigs. Jetzt hätte ich das Intro beinahe in Englisch gemacht, yay. Sollte vielleicht nicht sofort nach dem Aufstehen eine Aufnahme machen, aber wenn es zeitlich nicht anders passt, ne, muss man machen was man kann. So, wir haben noch lauter Schlachten von letztem Mal übrig gelassen. Dankeschön Alex, das war echt total useless von dir. Jetzt ruhig fertig machen können, fauler Sack. Wo geht man als erstes hin? Hier. Oh mein Gott. Ja, natürlich probiert er das. Und er hat da keine kleine Armee, ne, der hat einen Helden, diesen Droger, Drachenfürst. Er ist ziemlich stark. Da muss ich gucken, dass ich schnell Orks raushau. Am besten Bogenschützen natürlich. Ich hoffe mal, dass die Orks, die ganzen Einheiten nicht da ausgerüstet sind. Also geschmiedete Klingen, Bannerträger, Feuerpfeile, Schwerrüstungen, etc., ppp. Ähm, oder pp, oder pp, oder pp, oder etc., wie auch immer. Was seid ihr sonst noch? So, wir haben den Olifanten. Das ist schon mal etwas. Äh, C war der Hobby, die Arme. So, wo sind Orks? Da unten irgendwo. Oh, ich hab nen Troll. Na gut, vielleicht geht da was. Jetzt muss man mal schauen. Erstmal wieder alle Punkte verteilen. Schön ist halt, dass ich jetzt wirklich alle Fähigkeiten hab. Der Olifant ist Stufe 1. Die Bogenschützen packe ich mal nach hinten. So. Dann geht's mal los. Das kann man upgraden. Oh ja, bau, 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 bau. B, 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 b. Ich brauch unbedingt, du könntest dich auch noch bewegen. Obwohl, warte jetzt mal, ihr geht's oben rum. Äh, irgendwo hier muss ich so ein Schlachthaus hinklatschen können. Ja, baust du es da hin. Ist mir jetzt auch egal. Na ja, gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Da sind sie. Aha. Oh. Uh, das trägt dem Olifanten aber nicht. Ja, wir können zurück im Feuer bleiben. Mordor gegen Orks. Das wird interessant. Vielleicht. So. Wo sind wir denn jetzt hier vorne? Schaut denn das überhaupt aus? Okay, der ist tot. Ähm, aber die haben eine Menge ausgerüstetes Zeugs. Hm. Na gut, das wird nicht ganz einfach. Ich brauch mehr Rohstoffe. Ja, weil der hat sehr stark ausgerüstetes Zeugs. Boah, der ist Level 5. Boah, das tut ja weh. Schießt! Schießt! Okay, oh Gott. Geh mal da unten lang. Wo sind denn die hier? Die sind immer noch mit dem Ork-Dingsbums hier beschert. Ist ja furchtbar. Haut's doch drauf. Macht euch kampfbereit. So. Dann stellt's euch da mal auf. Äh, die Gebäude werden wir auch alle brauchen. Das ist ja das Ding. Warte mal, baue hier mal einen Turm hin. Weil der wird kommen. Okay. Ich bin immer gespannt, wann er... wann er mir entgegenkommt. Zumindest er hält es weg. Das ist schon mal ein Vorteil. Problem ist bloß, dass Orks extrem schwach sind. Äh. Ach so, die Gebäude sind gerade abgekauft. So, jetzt geht's da mal drüber. Da kann man theoretisch dann noch ein Segewerk hinbauen. Äh, wenn es bloß ein paar Bogenschütze sind, dann geht das. Jetzt sind wir ja jetzt. Nö, wir sind ja nicht fertig. Lass mich mal hier gucken. Ah ja, okay. Das könnte man brauchen. Das könnte man brauchen. Das könnte man brauchen. Zerstört's mal die Leute hier. Das Auge immer schön auf den Truppen halten. Wie wär's, wenn ihr mal angreift, statt zu laufen? Idioten. Ja. Ja. Ja, das sieht aber okay aus. Ich glaube, ich hab die gut umzingelt. Oh, lol. Sind die Orks jetzt echt gestorben. Meine Fresse sind die schwach. Ja, das ist ja echt peinlich. Ja, sucht die einen guten Platz. So, dann gehen die da lang. Dann bilden wir hier nochmal aus. Was anderes als Orks werde ich in dieser Mission jetzt hier wahrscheinlich gar nicht machen. Weil, ich mein, wofür? Ja, da oben. Erstmal müssen sie ihren Hort wieder aufbauen. Das schaffen sie eh nicht. Weil hier schon die Bogenschützen kommen. Ah, ich hab wieder ein Limit. Okay. Aber das passt. Da kann ich gut traden. Weil ich die ganze Zeit maxed out bin. Das müsste passen. Und dann schauen wir mal. So, hier noch Feuerpfeile. Und dann bauen wir noch ein paar mehr. Ja, mit Sicherheit sind sie zu groß. Raus, spinnen. Spinnen, 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 spinnen. Tot. Gut. Absatz. So, dann rennt's da mal drüber. Hol's mir das Gold. Okay. Und hier können wir auch noch Tür... Nee, warte, da sind die Orks. Warte, warte, warte. Dann bauen wir... Da ein Türmchen. Und wo ist denn der andere da? So, die laufen da lang. Äh, oh, Kankra. Haut's doch erstmal die Kankra weg. Ja, die ist Stufe 6. Oh, Furcht. Meine Leute fürchten sich vor einer Riesenspinne. Sind ja auch bloß blöde Orks. Aber Kankra überlebt es nicht. Weil das sind einfach doch zu viele Pfeile. Okay. Und wenn ich so weitermache, kann ich mir bald vielleicht sogar... Oh, warte, ich leiste mir jetzt die Dunkel... Dunkel-Dunkel-Ork-Krieger. Das ist nämlich ein bisschen widerstandsfähiger. Genau. Und ich glaube, bald kann ich mal eine Festung bauen. Mal schauen. So, hier ist... Oh, das tut gut. Pass auf. Komm schon. Bam! Oh, das wird so wehtun. Zack! Alles tot hier. So, das hier. Das hier. Das hier. Dann kann der hier patrouillieren, das Auge. Der zerstört jetzt bitte das hier. Der Baumeister rennt da durch. Und dann sollte ich gucken, dass ich wieder Dunkel-Ork-Krieger ausbild. Das ist wieder zum ersten Mal halt. Aber... Die könnten sich lohnen. Weil... Hier trade ich ja noch ein bisschen drauf. Warte mal. Das könntest du alles zerstören. Oh, da ist ein Troll. Feuerdrachen? Achso. Ich dachte schon, der Gegner... Hier gibt's Feuerdrachen in der... Auf der Karte. Das hätte mich jetzt gewundert. Weil ich hier noch nie was anderes als Orks gesehen hab. Aber was macht denn diese einsame Spinne hier? Nerven. Das könnte ich nicht wahr. So. Dann hier noch... Ein paar... Bogenschützen. Das ist spätestens vorbei, wenn ich den Ballroch rufle. Dann... Dann ist dann das Schluss. Da hat's wieder Orks. Ist das Teil jetzt hier schon zerstört? Ja. Gut. Dann bauen wir uns immer schön weiter auf. Überall die Freude. Das waren... Wieder Dunkel-Ork-Krieger. Das könnte ich jetzt zerstören. Oh, warte. Ne, 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 ne. Da hat sie an. Er hat so ein halb-mega-Gebirgsriese. Und ein Troll. Oh mein Gott. Ah, da gibt nichts. Warte mal. Mir fällt grad ein. Warte. Ist das die Orkgrube, Höhle, Hort. Kann ich ja... Kann ich ja... Mir zu eigen machen. Theoretisch. Das probieren wir gleich mal aus. War irgendwo halt noch so ein blödes Ding. Ja, dann baust es halt nirgends hin. So. Sieht doch gut aus. Naja, irgendwie nicht halt. Okay, wir haben es verteidigt. Der Gegner hat sich zurückgezogen, nachdem er beide Heroes verloren hat. Ich weiß nicht, ob es für ihn besser gewesen wäre, wenn wir einfach eine Festung zu bauen, aber... Ne. Tja, verteidigt. Gehört mir. Ich glaube, das waren die braunen Jungen an Lande, oder? Ja, sehr schön. Okay, speichern, bevor es wieder abstürzt. Das brauchen wir jetzt nämlich nicht. Und dann geht es gleich weiter. Los Lorien. Puh, soll ich da jetzt angreifen? Was haben wir noch? Karolan. Ah, das ist doch mal easy. Ja, das war wirklich easy. Bruchtal. Ja, das ist geschenkt. Wow, das ist ja wirklich geschenkt. Zieht er sich zurück? Was ist genug? Okay. Düsterwald. Das wird schwer. Düsterwald wird knackig wie nochmal was. Das machen wir, das machen wir nichts mehr. Ne, ne, nö. Das machen wir jetzt Lorien. Ah, das finde ich schon. Das sind zwei Armeen. Das Land ist nicht so riesig. Ich habe einen Haufen Leute dabei. Das dürfte gut machbar sein. Es dürfte wirklich sehr gut machbar sein. Okay. Die rennt rüber, der rennt runter. Der rennt runter. Dann. Zack, zack, zack. So, kommen die jetzt? Waren bloß zwei? Jetzt, ja. Ja, du rennst halt mal vor. Und dann bauen wir uns hier ein schönes Lager auf. Das Sägewerk. Wir werden ganz flott Lorien abholzen. Alles in ein karges Ödland verwandeln. So wie Mordor. Ja, den werdet ihr auch gefälligst einnehmen. So, steig ab. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mach mal den da. Und dann den da. So, und jetzt kannst du abhauen. Oh, 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 oh. Habe ich leicht unterschätzt. So, jetzt kannst du angreifen gehen. Den Feuerhaken überstehen die nämlich nicht. Ah, Reiter. Nach, lass die Reiter, Reiter sein. Das stört mir. Hauptsache hier rennt es da weiter. So, dann bauen wir jetzt hier überall so ein paar Türme hin. Na gut, viel Widerstand leisten die Gegner jetzt nichts. Ah, das sind nur Bogenschützen. Siehst, dann geht das ja. Easy. So, Bogenschützen. Zerstören bitte den Baumeister. Schaffen sie eh nicht. Das einzige, was ich gleich hören will, ist, einer unserer Feinde ist erledigt. Oh, Feuer. Ha. Interessant. Da sind halt doch eine Menge Katapulte, ne? So, die hauen immer noch aufs Schlachthaus drauf. Das ist vollkommen in Ordnung. Na also. Jetzt zerstören wir den nächsten Feind noch und das war's dann. Na also. Wie wär's, wenn ihr den Baumeister töten würdet? Naja, komm schon. Naja, komm, das war's oder was. Da brauche ich auch nichts ausbilden, das ist, das ist vorbei. Na also, geht doch. Das war, das war easy. Das war echt easy. Das war wirklich geschenkt, war das. Gut, dann gehört wieder uns. Und dann, schauen wir mal, dass wir uns jetzt um den Düsterwald kümmern, ansonsten haben wir ja nichts mehr da, ne? Nur noch der Düsterwald, der wird allerdings schwer. Der wird richtig schwer. Ja. Ich war's. Ich war's.